Ja meine lieben reichs verkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren folge brawl stars Leute oh mein gott ihr seht an dem titel oder am farb der schon wir werden heute meinen account fast komplett maxen leute das heißt Ich werde jeden brawler auf power elf wahrscheinlich upgraden können Ja ihr seht ich kann bis bell alles noch auf elf upgraden Und hier gibt es auch ganz viele leute brawler die ich noch upgraden kann und wir werden heute 5000 club coins ausgeben also 4937 fast für die tausend wir haben wird auf jeden fall mega mega geile lasst unbedingt daumen nach oben da Lasten abo da und schreibt gerne mal in den kommentaren vielleicht mache ich mal wieder eine post schießen ich wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video So eigentlich wollte ich ja wie gesagt meine club coins aufheben aber leute was bringt mir das ich will meinen account langsam merken Genau genau ihr seht jetzt einfach 5000 club coins weiß gar nicht wie lange ich dafür gesammelt habe Aber sobald mein account max ist kann ich nämlich den neuen brawler alles sehen das ist sehr sehr smart leute Und wie gesagt ganz wichtig leute ja schreibt mal gerne in den kommentaren helfen wir euch die club coins auch beziehungsweise habt ihren aktiven club Das ist echt heftig leute ich bin nur noch drei punkte Hier sollten wir aber auch ziehen können aus den boxen Ich weiß gerade gar nicht ich habe das auch nicht ausgerechnet ob das reicht Ich hoffe ich hoffe So let's go let's go Oh das tut so weh ne Das tut so weh die ganzen club Vielleicht öffnen wir doch paar boxen das tut so weh verdiente club coins leute ich habe echt sehr sehr wenige club leagues games verloren ne War immer l3 bis master club also ich hab ja eigentlich nie was drunter gab ich doch ein oder zweimal war ich l2 club um jemand zu helfen Let's go und 68 gold da sehe ich mich auch ich würde euch auch empfehlen vielleicht mit den Points nur sachen zu kaufen ja also nur powerpoints Ich werde auch nicht alle auf elf upgrade wahrscheinlich ich werde auf jeden fall im so viel machen dass ich Das overlappt sich ne oh das hier ist auch nur 100 Reicht das denn? Warte ich guck mal leute ich guck mal raps kann ich nicht mehr machen Es wird doch schwer das wird doch schwer Genau ich bin doch ziemlich hoch ich habe echt fast alles mix Anita Anita fehlt mir doch sehr viel wir machen wir mal bei nita weiter Das tut so weh das zu sehen so viele club coins die ich verliere Und ich habe aber noch keinen club skin ich will ja ich will ja unbedingt alles haben eigentlich im spiel außer die goldenen skins Die sind jetzt für mich eher irrelevant Der nita muss auch geupgradet werden und wo ich die wahrscheinlich nie spielen werde weil die aktuell in der meter gar nicht gut sind Ich weiß gar nicht ob das reicht leute ich weiß gar nicht in 5000 club coins reichen um nie da habe ich jetzt wohl Perfekt Dann machen wir der nächste brawler man schade dass man das nicht so sehen kann Gale 100 of gale oh mein gott das geht so viel street geht auch noch 100 drauf Leute wie gesagt lasst einen daumen nach oben lasst ein abo da weil sie nichts verpassen wollt und schreibt gerne mal in den kommentaren vielleicht ob ich mal wieder pushen soll Ich werde auch auf jeden fall ein paar brawler upgraden in dem video werden auch paar brawler upgraden Aber ich will mir auf jeden fall auch gold aufheben ich werde mir Denkt man nicht meine brawler die ich upgraden werde sind die wo ich am meisten spiel oder die ich brauche wahrscheinlich So Mr. P wäre cool Mr. Peace aktuell sehr cool also macht sehr viel spaß zu spielen 2300 das heißt hier geht noch einmal was drauf So 330 perfekt wir gucken uns jetzt mal ganz kurz leute nach der hälfte über der hälfte des club coins habe ich jetzt ausgegeben Und Schauen wir mal power level Ich kann auf jeden Fall alles jetzt upgraden fast Max crow und cold und jesse mal gucken ob wir die auch noch upgraden So Bibi Da geht noch 100 rein 2.200 900 kriege auch noch So dann machen wir Wie Wie Oh mein gott das ist so heftig leute ist so heftig da machen wir noch blue Wir öffnen vielleicht noch ein zwei mega boxen damit ihr das sehen können weil ich mir die boxen Aufheben möchte für das für das update und wir haben heute sonntag Wir haben heute sonntag Also morgen ist schon das update im morgen ist schon der brawl pass wenn ihr das video anguckt vielleicht gleich das ein tag nach dem brawl pass hoch Oh mein gott Ja Ihr seht hier oben sind auch noch die brawler die upgraden kann 2.300 ok ich mache einfach was geld drauf egal leute jetzt hätte ich fast grabs gekauft So hier kann ich noch drauf hauen das ist so heftig 37 macht drauf hier Ja komm Leute was soll der geist wir mixen einfach alles wir kriegen ja noch wenigstens gold Leute kommen wir mixen einfach alles Okay für drei punkte war ja 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 ist egal hier fehlen mir auch noch 16 Kriegen wir wenigstens gold dann kriegen wir wenigstens gold so ember machen wir mal drauf Ich weiß nicht ob das reicht ich weiß echt nicht ob das reicht leute Ja So Ja Ja Lu Oh mein gott Lu Dann machen wir noch squeak zweimal drauf Also ich habe noch ganz viele boxen die hebe ich mir aber auch Oh mein gott leute reicht das Wait ich weiß gar nicht ob das reicht Oh mein gott leute ich weiß nicht ob das reicht Raps Colette Ember habe ich das habe ich auch wait das reicht Let's go Einmal einen ggs in den kommentaren ich glaube das reicht Ich meine account ist jetzt offiziell also fast max ich kann jetzt alles auf elf upgraden Lufi mir noch 930 Wie kann ich jetzt noch 20 Jack Oh jackie habe ich ganz übersehen leute jack jackie habe ich ganz übersehen Aber das sollte reichen für jackie Weil dann kann ich wenn ich kisten öffne alles auf den neuen brawler direkt drauf machen Okay ich muss sagen ich habe einen fehler gemacht Die kleinen punkten die hätte ich nicht machen müssen weil da hätte ich paar kisten öffnen müssen So jetzt sollte ich alles haben und jetzt öffnen wir mal eine box was wir auch wir öffnen mal ein paar boxen Gucken uns das mal an So jetzt jetzt haben wir alles fertig weil wir haben alles oh nein ich habe hier noch powerpoint sehe ich gerade Die hätte ich verteilen müssen aber ihr seht ja okay die kann ich einen neuen brawler geben ist auch in ordnung Let's go leute ich habe jetzt offiziell alles auf power elf beziehungsweise ich kann jetzt alles auf power elf machen Ich würde sagen wir entscheiden uns auf spontan und machen jetzt noch in diesem video ein power elber Und zwar ms ist sehr sehr stark machen wir auch elf ich werde auch noch wie gesagt ein bisschen gold aufheben Ähm ja für Den neuen brawler ich mach Pam of power elf Ähm Crow power elf machen wir auch noch Dann machen wir Mr. P P Power elf Und rufz Das reicht Leute Das reicht dann Und Ja genau Leute Dann würde ich erstmal sagen das wars mit dem video Leute ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst einen daumen nach oben Lasst ein abo da Ich wünsche euch noch einen schönen tag machts gut Und ciao ciao Musik